Der Hörsinn ist ein sehr wenig verstandener Sinn, der Höchstleistungen verbringt. Das heißt, die gleichen Zellen vollbringen jeden Tag eine ausdauernde Übertragung von Informationen. Das ist eine Spitzenleistung im Bereich der Sinneszellen und auch der Nervenzellen. Ich möchte verstehen, wie wir hören, wie also der Schall, der uns umgibt, in ein Nervensignal umgewandelt wird. Spannend ist daran, wie die Biologie ein so raffiniertes System zusammenbringt, das mit dieser zeitlichen Präzision und dieser Ausdauer Informationen in unser Gehirn bringen kann. Ich bin Physiologe, ich kann Zellen zuschauen, ich kann sie belauschen, elektrisch belauschen oder auch mit Mikroskopen betrachten. Und auf diese Weise eben die Geheimnisse, die jede einzelne Zelle in ihren Funktionen darstellt, lüften und besser verstehen. Musik 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 Musik